hey ho meine freunde und herzlich willkommen auf meinem kanal bei mir lag das gerade ich bin der babychor und heute ist es soweit ich verkaufe meine waffen weil ich habe 376.000 aber geld kann man immer genug haben ich spiele auf den server von grand draft minecraft weil ich will mir vielleicht ein neues auskaufen ich hatte mir vor kurzem erst eins gekauft wir holen mal kurz die dinge noch ab dann kann ich das mit verkaufen ok da krieg ich nicht viel raus aber immerhin ein bisschen das porten wir uns schnell mal dann nach hause wir zahlen das restige geld ein kids hatte ich schon geholt ich will zu meinem home so wie gesagt ich will meine waffen verkaufen ich habe zwar genug aber man kann immer noch genug mehr haben an geld wenn man sich ein haus kaufen möchte zum beispiel ich muss ja noch ein paar rang auf grades mir holen zugleich würde ich gleich mal gucken ob hier vielleicht noch was schönes gibt dass wir das füttern waren bürger bürger sind sehr gesund gucken wir mal wie locket ist noch eine hake drin ok und muss die man auch schnell raus dann holen wir uns gleich die anderen attempts noch schnell hier ist auch noch eine hake gucken wir mal schnell an der tankstelle bevor wir abgeknallt werden das wäre es nicht so cool aber wenn man nicht wie man sieht es sind übelst wenig spieler in die online gerade sind eigentlich sonst immer mehr online heute aber mal glück heute sind wir nicht so viele allzu viele online nur gut wir haben es ja schon wir haben 2 über 44 aber es wird auch mal ein live stream hier auf den server geben ja da wird der tzuki dabei sein weil der zockt ja auch schon etwas länger auf den server der hat mir den server ja eigentlich kennengelernt sagen wir es mal so meine cookies werde ich dann meine essen werde ich noch nie verkaufen bei essen kann man immer gebrauchen wenn man auf solchen servern spielt mensch so da ist noch was da ist noch was drinne da ist nichts drinne da ist eine pump gun oder irgendwas anderes noch drin wie man das nennt das und das so und jetzt gehen wir nach hause dann packen wir das backpack voll das können wir gleich voll packen oh das ist ja noch halb voll na sortierst du dich mal jetzt so das 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 passt alles noch rein die halker passt nicht mehr rein das ist schade aber ist nicht schlimm weil ich werde jetzt alles verkaufen müssen los den berg wieder hochlaufen meine erkältung jetzt wirklich besser oder mein halsschmerzen was herr steckt bahn warum bahn wer wo was okay egal machen wir nicht mit hier ist nicht mein haus müssen noch ein stückchen weiter hinterlaufen in zwei minuten dann holen wir uns noch schnell die zwei kisten hier hinter mein haus die ist leer war ja mir klar da ist noch was drin so essen haben wir nämlich genug jetzt wieder ähm ja ich hatte vorher einen kleinen wohnwagen jetzt habe ich mir hier für 250.000 das denn gekauft ich weiß nicht warum das immer noch zur verfügung steht keine ahnung ja gut ich packe alles voll so essen bleibt natürlich hier das 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 packen wir alles da rein so weil heute werden wir ja nur waffen verkaufen so das backpack ist auch fast voll gucken wir mal ob noch was hier rein passt so alles rein 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 immer reinschmeißen so dann werden wir zum slash spawn gehen weil die dinger funktionieren ja zumindest zum glück hier dann werden wir verkaufen gucken was herauskriegen ich hoffe wir kriegen genug raus so dass wir uns ein haus kaufen können also 100 fast 200.000 würde ich haben ähm werden wir nicht rauskriegen aber hier werde ich ab und zu so eine art kleine videos bringen über den server oder auf den server gucken wie sich die zeit steht so das sind schon mal 48.000 so dann das noch alles hier hilfe das noch alles verkaufen das werden nochmal 55.000 das werden nochmal 20.000 so zahlen wir das schon mal ein so haben wir 500.000 das ist doch mal eine richtig geile summe so my home muss ich es doch so machen weil ich würde mir ein rangupgrade hier machen jetzt vielleicht heute noch für 250.000 kostet aber wir werden sehen ähm gut wäre es wenn ich so auf eine million komme dann kann ich mir ein rangupgrade machen oder jetzt zum beispiel ähm ja was könnte ich sonst noch zum beispiel machen so das kann man nicht verkaufen da ist noch eine maske ich werde mal bisschen was werde ich vom essen auch verkaufen weil so viel essen brauche ich grundsätzlich nie gucken ob ich die shirts verkaufen kann also werde ich die irgendwann spawnen schmeißen das nehmen wir noch alles mit so aber bin gleich wieder da ich muss kurz mir mal schon was und trinken wollen so meine lieben leute bin wieder da ähm okay die kisten sind alle relocked dann können wir noch schnell mal gucken ob wir nicht irgendwo vielleicht noch waffen munition irgendwas herkriegen okay mehr waffen weil munition kann man nicht verkaufen das ist schade eigentlich und ja gucken einfach ob wir irgendwo noch was finden da haben wir wieder nichts entschuldigung so da haben wir auch noch ein bisschen was so und jetzt äh so holen wir mal das taxe so werden wir mal den rest noch verkaufen ja die t-shirts kann man auch verkaufen aber wird nicht viel bringen war so ein t-shirt so 14.000 bis jetzt na gut die ultrakranken waffen haben wir hatten wir jetzt gerade nicht mehr gucken was wir hier noch rauskriegen nochmal 31.500 so zahlen wir das mal noch ein dann haben wir ein bisschen was wieder haben wir jetzt knapp 600 gehen langsam auf die 600.000 zu habe ich noch vote keys weil ihr wisst ja hier auf dem server kann man ja mit slash vote auch voten habe ich nicht okay da kann man nicht sehr viel glück haben wenn man wenn man es hat weil wie gesagt ich möchte ja auch mir eigentlich mal was schönes gescheites leisten können okay das bringt nichts 3000 nein 300 oder für 3000 okay ich habe ja jetpacks genug eigentlich mal gucken ob man die vielleicht auch verkaufen kann so dann werden wir mal ganz kurz zu meinem home nochmal gehen da möchte ich mal kurz gucken weil ich habe ja zwei jackpacks mal aus die kisten gezogen da möchte ich jetzt gucken kann man die verkaufen kann man die nicht verkaufen wir werden sehen okay da ist nichts mehr drin da ist nichts mehr drin da auch nicht und da sind die jetpacks so ich habe nur noch eins okay ja gut gucken wir ob wir es verkaufen können phone so so also so so okay der typ hat uns genau vor der hausse abgeschillt schild aber gut wir hatten jetzt zum glückchen geld auf der hand aber der hat mir halt mein jetpack jetzt geklautert darüber ärgere ich mich jetzt ein bisschen aber gut da ich jetzt nicht aufgepasst ähm gut kann passieren dass man mal nicht aufpasst aber ja sniper minigun 25.000 kostet so ein komisches spielzeug oh ich habe jetzt ein minigun gekauft äh achso man kann mit so einem minigun erst auf gott father spielen äh toll ja supreme braucht man oder gott father ja den rang dann werden wir uns wohl noch einen rang holen müssen aber nicht heute ich würde sagen damit beende ich die folge ich wollte ja nur meine waffen verkaufen bei der nächsten folge werden wir auf waffen suchen gehen mhm das war wieder geld verdienen und das war uns vielleicht in der nächsten folge auch den rangupgrade holen bis zum nächsten mal bis zum nächsten video ich wünsche euch eine schöne folge bye bye euer babycore bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal